Linke ausschalten bitte. Gas geben, Gas, Gas. Gas geben, bitte Gas geben, bitte Gas geben. So, wir schalten aus. Okay genug. Nicht so schnell, auch nicht so langsam, ja, ein bisschen. Wir wollen meine Ampel links abbiegen. Ganz langsam, beim Abbiegen langsam. Okay, jetzt gehe ich raus, wir schlagen. So, jetzt kann man ein bisschen... Langsam, langsam bitte. Wir schauen links Schulter. Okay, schön langsam. Sehr gut hast du gemacht. Super. Aber man muss da links schauen, ob er ins Fahrrad kommt, ja? Okay. Und bisام. Wir sind ganz anges mies coats. Wir wollen nach rechts abbiegen. Schulterblick. Schulterblick rechts. Kopf drehen, schauen wegen Fußgänge. So, jetzt schau, dass du linke Seite gehst, weil die Autos stehen schlecht. Du musst schauen, ob ein Radfahrer neben dir ist. Wollen wir doch auf. Nein, das wäre zu knapp. So, schau, diese Frau jetzt. Du musst diese Frau sehen. So, okay, geht jetzt. Die geht nicht drüber, dann fahren. Mal auf die rechte Seite kommen. Gut. Nach rechts abbiegen. Nach rechts abbiegen. Ja. Nach rechts abbiegen. Ja, komm. Ja, komm. Dieser Mann musst du sehen. Ja. So, geht jetzt? Ja. Schau noch einmal. Schau noch einmal. Hm? Nicht nur her schauen. Ja. Schau, okay? Ja. Geht? Nein. Geht jetzt, komm. Geht, geht, komm. Ja. Was machen wir jetzt? Ja. Was machen wir jetzt? Ja. 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 So, jetzt geht. Fahren. So, geht schon. Komm, bitte fahren. Bitte fahren. Bitte fahren. Bitte fahren jetzt. Komm. Ein bisschen Gas geben. Ein bisschen Gas. Du bist zu langsam. Ein bisschen Gas. Ja. Ein bisschen Gas. Ja. Dann muss diese Bereiche kreuzen. Ein bisschen schnell verlassen. So, geht schon. Es ist grün. Bitte. Gefahren. Deinne hier winde. Malen. Jetzt kam. Es ist grün. Es geht ja. Jetzt kommt. Jetzt wird vorhin ein Kreisverkehr kommen. Wir werden einmal, zweimal Kreisverkehr üben. Ich würde dann sagen, erste oder zweite Möglichkeit. Sie muss selber schauen, wo erste oder zweite Möglichkeit ist. Wenn du Kreisverkehr verlassen willst, dann musst du rechte Blinker einschalten. Aber diese Möglichkeit, erste oder zweite, muss man selber schauen. Der Prüfer sagt, zweite Möglichkeit verlassen, dritte Möglichkeit verlassen. Wir müssen selber zählen, wo es dritte Möglichkeit ist. Jetzt kommt ein Kreisverkehr. Wir werden zwei oder dreimal üben. Bei der Fahrprüfung kommt das vor, dass man zu einem Kreisverkehr reinkommt. Und dann kommt das, wie es dritte organisationsystem geht. Abonniert ein Kreisverkehr. Ich bin ein Kreisverkehr. Ich bin ein Kreisverkehr. Und was das können? Ich bin ein Kreisverkehr. Ich bin ein Kreisverkehr. Ich bin ein Kreisverkehr. Ich bin eine Kreisverkehr. Langsam, unversichtlich, siehst du nicht, daher nicht so schnell. Okay, da vorne ist ein Kreisverkehr, ja? Okay. Wir werden an der zweiten Möglichkeit Kreisverkehr verlassen, zweite. Okay. Jetzt musst du schauen, wo ist diese zweite Möglichkeit. Beim Verlassen, Kreisverkehr musst du rechte Blinker dann einschalten. Nicht reinfahren, blinken, nur beim Verlassen. So, jetzt langsam, Auto kommt nicht von links. Gut, wo ist das erste, wo ist das zweite? Diese erste und diese zweite. Nein, das ist nicht die erste, das ist verboten. Ja. Da kannst du nicht reinfahren. Das ist die erste. Das ist die zweite. Das ist die zweite. Ja, so ist das, gut, bitte fahren. Schau, wenn du stehst, bitte fahren, bitte fahren. Bitte fahren. So, wo ist das zweite? Ja, zweite ist nichts. Nein, nicht zweite. Da ist das zweite. Da. Das zweite. Da. Und du linken da. Linken rechts geben. Das ist keine Möglichkeit, zählt man nicht. Möglichkeit ist ein Bahn. Ja, diese halbe Tunisie. So, wir wollen wieder nach rechts abwägen jetzt. So, wir wollen vorne wieder rechts abwägen. Wir kommen nochmal zu diesem Kreisverkehr, ja. Wir müssen nochmal üben. Als Möglichkeit. Nicht anhalten, bitte langsam fahren. Nicht anhalten, bitte fahren, ja. Langsam. So, wir wollen wieder nach rechts abwägen. Schulterblick machen und fahren. Diese abwägen, manöver soll ein bisschen halt zügig. Wir müssen das üben, dass sie nicht so langsam ist, sondern ein bisschen schnell muss man machen. Weil zu langsam ist nicht gut. So, da kommt wieder unser Kreisverkehr vor. Wir wollen an der jetzt dritte Möglichkeit verlassen. Dritte. Da muss man nur diese Einbahnen zählen. Einbahnen ist schon mal linken. Ja, genau. So, jetzt fangen wir an zu zählen. Einbahn 1, Einbahn 2, Einbahn 3. Eins, zwei, drei. Okay, drei. Ja, ja. Ein bisschen fahren, ein bisschen schnell fahren. Jetzt linken rechts und fahren. Ein bisschen Gas geben, du bist zu langsam. Das ist nicht gut, zu langsam. Zu langsam ist nicht gut, Schwester. Das ist zu langsam, das ist nicht gut. So, und wir wollen wieder nach links abwägen. Das ist nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Gegenfehlke, hast du noch nicht? So, jetzt Blinker links geben. Blinker doch. Jetzt geht's, komm. Nach links muss man fahren. Ja, blaue Tafel sagt, muss man links fahren. Ja. Und wenn ein Auto von rechter Seite kommt, was machen wir? Auto kommt von... Waren wir da hoch? Ich warte. Ich warte, genau, sehr gut. Jetzt musst du schauen. Gut, sehr gut. Ein bisschen mehr Gas, ein bisschen schnell, nicht so langsam. Und wir wollen wieder nach links. Waren wir da hoch? Ja, ich warte. Schau, wohin geht diese Frau? Bisschen schnell, bisschen schnell fahren, du bist zu langsam. Das ist nicht gut, zu langsam. So, Kreisverkehr kommt wieder. Wir wollen jetzt, ein, zwei, dritte Möglichkeit verlassen. Dritte Ausfahrt zu der Seite vor der Seite, ja. Dritte, sie muss selber schauen, wo diese Einbahn ansehen, muss es zählen, ja. Wo ist dritte? Nein. Eins, zwei, und wo ist drei? Dort. Ja, Mann, wo ist dritte Einbahn? Da ist das, ja. Nicht jetzt blinken, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Kasse gehen. So, jetzt rechte Blinker geben. Jetzt Blinker rechts geben und fahren. Nur rechte Blinker geben. So, bitte fahren jetzt. Bitte fahren. Fahren, bitte. Wir müssen schnell fahren, das ist zu langsam. Das ist alles nicht gut. Blinker ausschalten. Schalt aus. Mach links abbiegen. Wie heißt diese Tafel? Wie heißt diese Tafel? Mach die Tafel. Machen wir noch einmal Kreisverkehr? Machen wir noch einmal? Okay. Machen wir noch einmal. Dass du alleine zurechtkommst. So, wir wollen vorne dann links einbiegen. Schauen rechts, links. Schauen links nochmal. Okay. Gut. Okay. Sehr gut. Jetzt kommt ein Kreisverkehr hervor. Wir wollen Kreisverkehr an der dritte Möglichkeit verlassen. Dritte. Dritte Ausfahrt. Ja. Fußgänger da. Garter Leide. Ja. Ja. Das ist ein Kreisverkehr. Du musst selber schauen. Dritte Möglichkeit. Nein. Wo ist die dritte? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Das ist dritte. Das ist dritte. Das ist dritte. Link rechts. Gas geben. Okay. Fahren wir weiter bitte. Gas geben. Komm. Gas geben. Also warum funktioniert... Wir kommen zum letzten Mal zum Kreisverkehr, aber zum letzten Mal für heute genug. So, wir wollen vorne wieder links einbiegen. Schauen bitte. Wir wollen links. Links fahren. Wir wollen nach rechts abreden. Und dann fahren wir nach rechts abreden. Hast du lange mal. Weißt du. So, jetzt fahren. nach schulterblick sehr gut fahren bisschen schnell bitte bisschen schnell fahren so also wir wollen nach links abbiegen fahren bitte bitte schnell bitte schnell ein bisschen schnell zu langsam ein bisschen schnell ist niemand da wenn niemand da ist dann ein bisschen schnell verlassen kreisverkehr so es kommt ein kreisverkehr jetzt wir wollen an der dritte möglichkeit verlassen die einbahnen bitte zählen einbahntafel 1 einbahntafel 2 einbahntafel 3 zählen sonst nicht so da ist ein einbahntafel stimmt wo ist zweiter einbahntafel eins wo ist zwei zwei ist da fahren jetzt fahren eins zwei wo ist drei einbahnen diese dort ist das schwer nein man muss nur schauen da ist ein einbahntafel da ist ein einbahntafel so jetzt blinker rechts geben ok heute genug kreisverkehr ja immer schreibt einwand dafür nur einwand dafür kreisverkehr mir die schraubschmer durch das texas hat doch nun da mir lebt da ich habe da die bergadet sei wo haste rechts abbiegen Schauen, ob Autor kommt von links. Musst du schauen? Keine. Keine, gut. Wir wollen nach rechts gehen. Was soll ich damit machen? Ein bisschen schnell fahren. Ein bisschen schnell fahren. Es ist langsam. Okay. I'll do it. Faren. 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 Immer auf der rechten Seite bleiben. Immer auf der rechten Seite einordnen. So ist gut. Fünfzig. Ja so. Ja. Faren. Do you want to die? Faren. 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 Ich rote. Ich will dich nicht mehr, sondern danach, ob du dich miteinander verholtest. Faren. 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 F phrase. Faren. 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 Die Geschwindigkeit 0,50 Kilometer. Du musst sehen, wie schnell es geht. So, wir wollen nach rechts abbiegen. Immer auf die rechte Seite kommen. Pass auf die rechte Seite. Eins zu schlafen. Immer auf die rechte Seite kommen. Nicht den Talten, d'Nemka. Magst du deine Talenlänger? Du musst ja erwarmen Sauger haben. Nach rechts am Weg. Langsam jetzt, langsam, warum, die Straßenbahnen, schauen, umfahren, aber nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, schauen bitte, bitte schauen, so, so ist gut. In Karitama seid ihr wohl da? Langsam, die Straße schlechten. Fahr langsam bitte, fahr langsam bitte. Du siehst, da ist jetzt ein Radfahrer und du kannst dich nicht überholen, dann fahr langsam. Da ist ein Radfahrer, das ist ein Radfahrer. Da sind wir hier im Rundfunk. Da ist es ein Radfahrer. 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 Wir wollen nach rechts abbiegen. Wir wollen die Fahrradzeilen. Wir wollen die Fahrradzeilen. Ich stehe. Ja, sehr gut. Kommt auch von links. Wer fährt? Ich fährt. Ja, du fährst. Genau, du fährst. Langsamer, was wir sehen. Ich suche extra für sie schwierige Stellen, Bruder. Dass wir das üben. Vielleicht kommen wir bei der Prüfung nicht, aber wir müssen das lernen. Falls bei der Prüfung so was ist, dann weiß sie, was sie macht. Ich kann immer mit ihr auf der großen Straße fahren. Das bringt nicht viel, Bruder. Wir müssen das üben. Einfach, einfach. Das ist nicht richtig. Immer gerade fahren, da lernt sie nicht. Gerade geht nichts. Kann Auto von rechts kommen? Nein. Bitte langsam. Nicht so schnell, auch nicht so langsam. Okay? Wenn eng ist, langsam. Ja. Hier dreißig. Ja, ja. Nach links, bitte. Ja. Langsam jetzt. Stoppen. 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 Okay. 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 Langsam, wenn eng ist. Wenn eng ist, langsam. Wenn groß, breit, okay. 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 Bei der Stopptafel wollen wir nach rechts abbiegen. Okay. 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 Und dann in die Richtung. Lenken rechts. Lenken rechts. Lenken rechts. Sie wollen wieder nach rechts abbiegen. Bei der Ampel rechts, ja. Ich suche für sie schwer gestreckten. Zahlt viel Geld. Daher muss man. Gut. Rechts abbiegen, bitte. Daher. So. Jetzt alle. Blinker rechts geben. Rechte Blinker geben. Vorne. Wo diese Leute sind. Kurz stehen bleiben, ja. Okay. Fahren, bitte. Fahren weiter. Fahren noch weiter. So. Jetzt kurz stehen bleiben. Hallo, Semliak. Was machst du da? Semliak. Ja? Sehr gut. So. Rechts abnehmen. Warum habe ich weitgehöhnt? Nee. Nee. So. Wenn du geplant bist, war es immer gut. Hm. Nee. Nee. Nee, nee. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Und das habe ich schon mal wieder gehört, wo es gehen wird. Heute kommen und schauen, ja? Nicht so schnell, aber muss man Kopfdrehen schauen. Nicht so schauen, sondern Kopfdrehen. Okay? Du meinst, du bist eine andere Seite, wieso nicht? Nach rechts abbiegen. Und das ist nicht so schnell. Vielen Dank.